Nicht mehr ganz gewonnen. Ist Platz 2 das Maximum, was heute drinnen war, vor allem auch mit diesem Ausrutscher? Ja, also für mich, für die das Fehler, war das zweite Platz schon gut. Also ich habe eine gute Lehne gehabt hier und dann plötzlich auf die Innenski gefallen, weil Schnee war ein bisschen weich. Und das war so kurz, bevor ich ausgeschieden war. Und ja, also ich bin sehr glücklich, dass ich noch drinnen war. Und also ich hätte sofort gewusst, wann ich im Ziel war, dass das nicht genug für einen Sieg war, aber zweite Platz ist schon super. Ja, ist ganz interessant. Sie haben mir verraten, dass Sie dann gleich auf die Startliste gesehen haben. Und dann haben Sie gesagt, die Gut kommt noch, die macht das. Ja, ich habe gesagt, okay, wer kommt noch? Und das war gut und auch Kost. Und ich habe gesagt, die zwei sind sehr gefährlich. Und das war schon. Also die Niki hat super gefahren. Es war sicherlich möglich, einen Sieg heute zu haben. Und die Leute gut, hat auch super gefahren. Also für diese Fehler war das zweite Platz schon super. Der nächste Sieg kommt ganz bestimmt. Danke fürs Gespräch. Gratulation. Danke.